BR 2020 Oh Gott! Dieser Planet macht mich fertig. Warum sehe ich ohne Teleskop überall Sternekreise? Aber wieso habe ich im Gegensatz zu dir, Benni, so einen Schädel? Vielleicht, weil ich gestern nicht herausfinden wollte, ob gelbes Scheibenwischwasser blau macht? Wie ist die strammste Strammheit, die man stramm sein kann, wenn man stramm ist? Dennoch ist es auf diesem Planeten nicht möglich, waagerecht zu erbrechen. Also allenfalls senkrecht nach unten, könnte man annehmen. Rein wissenschaftlich gesehen ist senkrecht nach unten, sondern nur in unserem Referentialsystem nach unten. Und auch das ist aufgrund der Erdkrümmung fraglich. Stellen wir mal eine Hypothese auf. Kann man ja mal machen, man kann ja einfach mal was überlegen. Benni, kann man ja einfach mal machen. Und überlegen uns, gegen jede Vernunft, überlegen einfach mal das Undenkbare. Nehmen wir mal an, ich hätte zu viel getrunken. Denn jetzt habe ich Brand. Spür ich. Aber das hier drin ist zum Glück kein Alkohol. Das habe ich vorher gemessen. Prost. Ne, da habe ich gestern Sternhage voll reingeschifft. Ich liebe mich. Wie schön!